Entschuldigung, wie war der Kampf, stolzer Sieger? Ja, es war sehr schwer, dass man da auch ursprünglich gewohne sollte. Ich muss sagen, auch wirklich sehr zack. Aber wir haben gepackt und das ist das Wichtige. War man zuversichtlich? Hast du ja gedacht, dass du gewinnen wirst? Ja, man hat immer die Zuversicht, dass man gewinnt. Und weil Sekunden scheinen, ob man gewinnt oder verliert, hat man das Glück gehabt. Kraft und Körpergewicht seien es stärker.